Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Mission 2 hier vom Private Test Server jetzt neu, heute am Freitag gestartet. Wir gucken jetzt mal durch bei den Waffen, was sich da leicht verändert hat und zwar nehmen wir hier gleich schon mal, bumm bumm bumm, wo haben wir es denn hier? Die Scorpio, die nehmen hier mit. Was sich hier verändert hat, ist nicht wirklich viel. So, hier oben hast du dich, alles ist da im normalen Bereich. Was neu hinzugekommen ist, ist hier unten ab nach dem Punkt. Wie wir schon kennen, erste Treffer Gift, 3 Treffer von der Sicht, 6 Treffer Schock, 7 Treffer. Das Ziel nimmt zusätzlich 20% Schaden, egal welchen Ursprungs. Kennen wir alles, jetzt kommt es, kommen keine weiten Stapel hinzu. Es bleibt bei maximal 7. Die Dauer des Status Effects basiert auf der Anzahl der Partikeltreffer pro Schuss. Und ansonsten, hier unten, ist auch alles gleich geblieben. Kommen wir hier weiter zu dem Exo-Stummgewehr Kondensator. Da hat sich ein bisschen mehr verändert und zwar hier im Text. Vorher waren es ein Maximum von 50. Jetzt sind wir hier unten bei 40. Und jeder Stapel gewährt jetzt 1,5%. Davor war es 1% Fertigkeitenschaden. Und nach 5 Sekunden verliert man ein Stapel pro Sekunde. Das ist gleich geblieben. Also hier waren zuvor 50, ist runter jetzt auf 40. Hier war 1%, ist jetzt hoch auf 1,5. Weiter hier unten hat es sich verändert. Und zwar für jeden Fertigkeitenrang gewinnt man 7,5 Waffenschaden. Der ist jetzt mehr geworden. Der war davor bei 5%, also 2,5% pro Fertigkeitenrang, was da dazu kommt. Und des Weiteren gibt es hier unten noch eine kleine Änderung. Und zwar bei der Scorpio war hier zuvor beim Magazinplatz. Bei dem Guten war nämlich Schaden durch Crit drin mit 15% sogar. Jetzt sind 11 Patronen dazugekommen. Dafür ist der Schaden durch Crit hier unten mit reingewandert. Ist jetzt von 15 auf 30% hoch. Also haben wir einen Gewinn gemacht von 11 Patronen für das Exosturmgewehr. Und wir schauen mal, was bei denen dann noch so weiteres kommt. Hier noch zu guter Letzt, das Wellenform Holster hat hier den Wechselstrom erzeugt bei einer ihrer Fertigkeiten. Jede Sekunde ein Stapel von 3% Fertigkeiten Schaden mit einem Maximum von 10 Stapeln. Nach 10 Sekunden auf dem Maximum wechseln die Stapeln zu ihrer anderen Fertigkeit. Der Prozess setzt sich endlos fort. So, das waren die drei Exosachen. Und dann gucken wir mal so rein, was mit den restlichen Ausrüstungen passiert ist. Und so was sage ich wieder, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Servus.